Glamorous Prinzessin Kate & Co. bei Royalem Event Die Royals strahlen um die Wette. Erst in der vergangenen Woche gingen Prinz William, 40, und seine Frau Kate, 40, auf ihre erste Auslandsreise nach dem Tod von Queen Elisabeth II. Römisches Kreuz, 96, um an der Verleihung des Ejatshut-Preises teilzunehmen. Jetzt stand bereits der nächste Royale-Termin an, am Dienstag begrüßten William und Kate gemeinsam mit König Charles III, 74, und dessen Frau Camilla, 75, wichtige Diplomaten, gewohnt stilvoll. Wie die aktuellen Bilder zeigen, gaben die Royals im Buckingham Palace ein formelles Abendessen. Zu einem Diadem und Diamant-Ohrringen, die zu Lebzeiten der Queen gehörten, trug die Prinzessin ein glamouröses rotes Abendkleid. Aber auch die Königsgemahlin trug Schmuck der verstorbenen Monarchin zu einem schwarzen Kleid von Anne Valentine. Charles und sein älterer Sohn trugen hingegen während des royalen Empfangs einen klassischen Anzug. Zur gleichen Zeit nahmen Williams' Bruder Harry, 38, und dessen Frau Mekan, 41, den Ripley of Hope Award in New York entgegen, sie gingen zur ältesten Institution des Vereinigten Königreichs und sagten, dass es innerhalb dieser Institution keinen strukturellen Rassismus geben dürfe, erklärte Kerry Kennedy, die Präsidentin der Menschenrechtsorganisation, vorab gegenüber Telegraph.